Ach, das ist ein Video? Natürlich. Hallo Momblitz TV! KTSG Productions. Momblitz TV begrüßt sie zu einer Folge im Knust. Noch ist es ziemlich, ziemlich, ziemlich leer. Dahinten ist der Merch. Gähnende Leere, gähnende Leere, weiter gähnende Leere. Und ein paar Gestalten, die schon vor der Bühne auswachen. Liebe Kinder, seht ihr einen Unterschied zwischen dem und dem ich nicht? Aber Sebastian, doch diese, deshalb, äh, das ist die beste Sache. Schallplatte? Schallplatte, Schallplatte. Bitte, bitte, erwerben Sie alle neue koppelianische Schallplatte. Wenn man im Menü richtig klickt, findet man auch noch versteckte Easter Eggs. Ganz neue, nie gehörte Songs. Rückwärts. I thought you were more than these savage guys. I must have a tear line eyes. Ah! So, Stimmung direkt nach dem Konzert, wir sind froh, es war geil. Was sagst du zum Konzert? Ah, wie tut du als Konzertig? Was sagt jeder, die zum Konzert, die war es? Super! Ich will einen schwarzen Balken, damit es klar ist. Die müssen zählen, ja, das sind drei Leute, die da stehen 50 und singen, möglicherweise nicht mehr. No, I don't believe you were just too busy. No, I don't believe you work hard. Yes, I've got the feeling you need a kick in your ass to stop. Don't wanna cry my heart out, but you suck. You're even stingy, you can take up a duck. I'm sure your brain is out my sight. We're gonna do it first. Organized! Just stop. We're gonna do it first. We're gonna do it first, man. We're gonna do it first. We're gonna do it first. Now that we are getting out of the way you're gonna do it, we need to get out of the way you can do it. Also, we're gonna do it first. Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich kann diesen Stift auch werfen! Oh, oh, oh! Wut? Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh, oh!